Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute nehme ich dich mit nach Großbritannien. Ich habe dort also wirklich ein sehr, sehr mystisches Bauwerk entdeckt und möchte mal alles, was ich darüber rausgefunden habe, heute mit dir teilen. Es geht um den King Alfred Tower und hier habe ich schon mal ein paar Bilder für dich entdeckt. Habe ich nämlich diesen Turm auf dem Telegram-Kanal Tartaria und du siehst schon, also wenn das nicht mystisch aussieht, dann weiß ich nicht was. Ja, das schauen wir uns heute näher an. Also lehn dich wieder zurück, mach es dir gemütlich und komm mit auf die Reise. Also der King Alfred Tower befindet sich in der Nähe des Dorfes Sturton in Somerset, England. Er hat eine Höhe von fast 49 Metern, also 160 Fuß und wurde zumindest nach offizieller Geschichte 1772 errichtet. Warum sage ich das? Weil die offizielle Geschichte, ich teile sie dir gleich, aber schon mal kurz vorweggenommen, für mich doch ein bisschen komisch ist. Also bezieht sich auf ein Ereignis, was knapp 900 Jahre vorher stattgefunden hat und der Turm hat auch keine nennenswerten Eigenschaften. Er ist einfach nur da und soll halt eben eine Erinnerung sein und die Macht von Großbritannien repräsentieren. Und wenn man dann aber mal so ein bisschen schaut, architektonisch, also die akustischen Eigenschaften, die energetischen Eigenschaften, dann merkt man so, oh, auch die Orte in der Umgebung, da gibt es doch einiges zu finden. Ja, also gehen wir weiter rein. Der Turm wurde aus über einer Million roten Ziegeln errichtet, was ihn zu einem der höchsten Backsteintürme der damaligen Zeit machte. Und jetzt, wie gesagt, das Komische, der wurde weder als Festungsanlage gedacht, noch beherbergte er irgendwelche Wohnquartiere. Also im Innen ist er einfach nur hohl und dreieckig und angeblich sollte er einfach nur die britische Macht demonstrieren. Also gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in die offizielle Geschichte, denn der Turm soll an die Errungenschaften von König Alfred oder Orphred erinnern, der 1878, also fast 900 Jahre vor der Errichtung dieses Turms, die Truppen, seine Truppen in der Gegend mobilisierte, um dänische Invasoren zu besiegen. Und heute, wenn man darüber recherchiert, liest man ja angeblich, war die Errichtung des Turms einfach eine Torheit. Also es sind meist englische Quellen, da heißt es dann Folly. Wenn man dann mal schaut, also weiter recherchiert, dann findet man dazu einige wundersame Sachen. Also es handelte sich um Monumente, die von der Elite in Zeiten großer Macht errichtet wurden und in erster Linie der Zuschaustellung von Reichtum dienten, also überhaupt keinen wirklichen Sinn hatten. Also von daher eben Torheiten oder Dummheiten. Und auch den King Alfred Tower zählen sie zu diesen Follies, die es wirklich zuhauf in Großbritannien gibt. Dabei handelte es sich um Bauwerke, die von den oberen Rängen des Landes auf dem Höhepunkt der britischen Herrschaft als Zeichen von Reichtum und symbolischer Macht konzipiert wurden. Ja, also sehr interessant. Der Turm wurde einfach nur so gebaut, hat also wirklich gar keinen Sinn. Es war einfach nur zu viel Geld da. Jemand ist so ein bisschen verrückt gewesen, so zumindest die offizielle Geschichte. Gehen wir da noch weiter rein. Und zwar, das habe ich hier gefunden auf allthatsinteresting.com King Alfred's Tower, erbaut vom Bankier und Sturhead Estate-Besitzer, also das Land sozusagen, wo dieser Turm draufsteht. Henry Hoare steht in der Nähe von Egbert Stone, einem volkstümlichen Wahrzeichen, wo Alfred der Große im Jahr 1878 seine sächsischen Truppen versammelte, um eine bevorstehende Invasion der Dänen abzuwehren. So, und da war jetzt schon wieder eine wichtige Information mit dabei. Egbert Stone, also ein volkstümliches Wahrzeichen, das überliest man so schnell. Aber wenn man mal schaut, das gibt es nicht mehr. Also das war damals hier ein Steinkreis. Wir haben mal ein größeres Bild davon. Und du siehst, also ein Steinkreis in direkter Nähe dieses King Alfred Towers, wo man halt schon sofort merkt, okay, also das weist auf eine energetische Nutzung hin, auf eine bestimmte Energie an diesem Ort, die früher also nicht umsonst genutzt wurde, ganz bestimmt nicht. Und da haben wir schon mal zwei Sachen, die ja, also eine ganz eigene Sprache sprechen und eher so in Richtung einer, ja, rituellen Nutzung und auch energetischen Nutzung gehen. Doch nochmal zurück zur offiziellen Geschichte. Also sie ist herrlich. Der reiche Bankier schwärmte in einem Brief an seine Tochter im Jahr 1764 sogar von König Alfreds Triumph aus der Wikingerzeit. Darin teilte er nicht nur seine Architekturpläne, also für diesen Turm mit, sondern auch seine Überzeugung, dass der Turm der Stolz ihres Anwesens in Sturhead werden würde. Also es wird uns gesagt, dass ein reicher Bankier aus einer Laune heraus oder einer, naja, Passion fast 900 Jahre später nach einem historischen Ereignis zu viel Geld hat, zu viel Energie hat und daher einen Turm aus einer Million Ziegelsteinen baut, der damals einfach auch noch der größte Backsteinturm seiner Zeit war und da natürlich gar keine Funktionen, außer nur die Macht Großbritanniens darzustellen. Und das Ganze sieht dann von oben auch noch so aus. Dieses Bild darfst du gerne mal auf dich wirken lassen. Es ist einfach aus meiner Sicht magisch, wie dieses ganze Gebäude. Ja, hier nochmal das Innere, also einmal andersrum geschaut und du siehst auch da, also das sieht einfach wahnsinnig aus, also so wunderschön. Und das führt uns halt eben auch gleich zu dem nächsten Punkt, dass dort drinnen eine ganz besondere Akustik herrscht. Man hat dort zum Beispiel Echo-Effekte, also so, dass das Echo sogar wieder halt und noch stärker und stärker gemacht wird innerhalb dieses Dreiecks, was also wirklich sehr, sehr eindrucksvoll sein soll. Dann gibt es sogar akustische Illusionen, also wo Geräusche aus ungeahnten Richtungen kommen, die es ja, weil der Turm ja nur im Inneren drei Ecken hat sozusagen, oder drei Richtungen hat, die aus Richtungen kommen, die ja dann halt eben gar nicht da sind. Und halt auch, es gibt den sogenannten Flüster-Galerie-Effekt. Also das bedeutet, dass selbst leise gesprochene Worte an einer Wand in einer großen Entfernung von einer anderen Person gehört werden können. Und das geschieht halt eben dadurch oder auf die Art und Weise, wie Schallwellen an diesen Wänden reflektiert werden. Also allein da mit der Akustik wurde wieder sehr, sehr viel gespielt, was eben auch auffällig ist und was ich persönlich halt eben auch mit einer Nutzung im energetischen Bereich zuschreiben würde. Aber es gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel auch eine Inschrift, über die bis heute eigentlich gerätselt wird, die sich angeblich auf die Errungenschaften König Alfreds bezieht und ihn als Licht eines dunklen Zeitalters beschreibt. Und es gibt noch weitere Inschriften und Markierungen, deren Ursprünge bis heute eigentlich nicht geklärt sind. Und immer wieder wird halt eben auch die Verbindung gezogen, also in Verbindung mit diesen symbolischen Andeutungen zu den Ley Lines. Und das ist auch spannend. Dort in der Nähe gibt es die St. Michaels Ley Line. Also die ist ziemlich berühmt und verläuft eben durch Südwestengland und verbindet mehrere historische Städten miteinander. Unter anderem den Glastonbury Tor und Borough Mump. Und beide Orte sind für ihre mythischen Verbindungen und alten Kirchenruinen bekannt, die dem Erzengel Michael gewidmet sind. Dann dachte ich mir, okay, ich schaue doch mal, ob ich noch was finde über das Fundament oder möglicherweise über unterirdische Anlagen. Das hätte ich jetzt sofort gedacht, habe aber nichts dafür gefunden. Also wirklich lange recherchiert und angeblich gibt es dort nichts zu entdecken. Also vielleicht ist da wirklich nichts oder es wurde einfach noch nie gegraben. Aber direkt in der Nähe sind dann doch noch ein paar interessante Bauwerke, wo ich denke so, wow, also das alles zusammen ergibt dann halt auch wirklich ein sehr mystisches Bild. Das hier ist direkt in der Nähe, also wenige hundert Meter entfernt, St. Peters Pump, was genauso magisch aussieht. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann denkt man sich so, wie bitte, was hat das denn bitte in dieser Landschaft verloren? So grüne Wiesen, Nebel und dann, ja, die St. Peters Pumpe. Also schon krass. Noch ein paar hundert Meter weiter ist der Apollo-Tempel, also Temple of Apollo findet man immer schon. Und auch da, wenn man sich die Bilder genauer anschaut, also alte Steinbauwerke und also viel, also hier auch diese wie Türme sozusagen, so wie Nadeln, die in die Landschaft sozusagen gesetzt wurden, wie Akupunkturnadeln in der Landschaft sozusagen, auch verschnörkelt. Und auch wenn man sich dieses Haupthaus, das Sturhead-Haus einmal anschaut, ist es ja einfach, sieht aus wie in Berlin oder eigentlich wie weltweit die klassizistische Architektur, hier jedoch im tiefsten Vereinigten Königreich, wo nicht so viel drumherum ist, außer einfach nur viel Wald und Flur. Ja, persönliche Empfindung von mir. Also auf allen Bildern, finde ich, strahlt dieses Gebäude, also diese St. Orphids Tower, eine unglaubliche Energie aus. Auch wenn man sich Videos dazu anschaut, man sieht so die Menschen davor, wie sie halt so, also wie so eine kleine Energie haben. Und dieser Turm ist so richtig so... Also wenn man sich diese Bilder mal lange anschaut, auf sich wirken lässt, der Turm ist unglaublich präsent und strahlt fast von innen heraus und halt eben auch von oben gesehen diese perfekte Symmetrie, was sicherlich jedes Haus irgendwie hat. Aber hier ist es nochmal, ja, besonders markant. Also man spürt praktisch schon, dass da mehr Energie ist, dass da mehr ist, was ich zeigen möchte, was man aber so mit seinen normalen Sinnen irgendwie nicht erfassen kann. Aber anscheinend ist es da und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr magisches Bauwerk. Ich bin gespannt, wie der Turm auf dich wirkt und vielleicht hast du auch noch andere Sachen rausgefunden. Schreib mir das gern unten in die Videokommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.